Hallo Leute, wir sind heute wieder zurück und zwar einmal mit Legendary Duelist of the Rose und auch nicht allein, heute ist dabei mein Freund Anton Servus und wir werden heute zusammen das Display auf Englisch öffnen und genau, fangen wir direkt an 36 Packs mit 5 Karten pro Booster und wie immer habe ich Probleme das Display aufzumachen So, jeder nimmt eine Seite von uns beiden und genau So, dann mache ich gerade den Anfang Also, dieses Booster hat normalerweise mindestens 3 Cummins, gegebenenfalls 4, wenn keine Super-Rare oder Ultra-Rare drin ist und schauen wir mal was an Der Schwarze Rosendreicher, Black Rose Dragon Geile Karte, dann Lunalight, Kaleiderchick Happy Lady Sisters und wir haben eine Ah, nur eine Rare drin, Snow, Blow, Hustle, Russell und als Rare haben wir Lunalight, Yellow, Martin und weiter geht's Da haben wir einmal die Bluten, Cat, Pappchen, Phoenix Feder Formation Oh, wir haben eine Ultra dabei Liebe Super Dreadnought, Railcannon, Juggernaut, Liebe Geile Ultra, direkt Zweite Karte, super Muss direkt natürlich in eine Voll Äh, in eine Hülle rein Du versprichst die gerade relativ viel Ja 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 Okay, und weiter geht's So Wie viele Blu Cat Dann Panther Dancer Dann Einten Uuund Happy's Hunting Ground und Happy's Latest Eleganze So Am besten das hier ist natürlich die ganze Zeit Ultra zu ziehen an einer Seite Rose, Twilight, Rose Knight, Leo Dancer, Angel Ritual, und als Rare haben wir Lu und Date, die wir machen. Schon wieder, okay. In dem Set zieht man normalerweise fünf Ultras und mindestens fünf Super Rares. So, Benton, Blue Rose Dragon, Rose Knight, oh, wir haben gleich eine, äh, Ding, ne, Holo. Econite the Milky Angel, und wir haben... Alluring Mirror Split. Geht leider nicht ganz so viel, aber schön für die Sammlung dann. Ja, das geht für mich total auf 2 Euro, das geht, schon klar. Ja, und Anton kann da grad weitermachen. Ich mach's schön ins Lief für die Sammlung. Ja. Special Schedule. Mark of the Rose. Panther Dancer. Construction Train. Signal Red. Und als Rare haben wir... Oh! Blackwing of the... Ne, was ist Black... Was ist das da? Blackwing? Ah, Blooming! Auf der Darker Source. Ja. Auch schön die Sammlung. Rein. Und weiter geht's. Also Mark of the Rose. Ritual Sanctuary. Moonlight Leo Dancer. Black Garden. Und als Rare haben wir... Super Dreadnought Railcannon. Gustav Marx. Einfach rund. Wir haben... Wir haben... Es ist eine Zauberkarte. Oh! Luna der Fusion. Aber umgedreht. Es war falsch rum drin. Ist es auch das erste Mal. Nice. Na gut. Die ist vom Preis her auch nicht schlecht. Auch wenn sie in der Momentan-Meter-Variante überhaupt nicht gespielt wird. Ja. Alter, aber krass das hier falsch rum drin war. Okay. Dann... Happy Queen. Blue Rose Dragon. Sub-Angela Keene. Zur Zeigen Red. Oder zuher haben wir... Dark Rose Fairy. Das muss ich auch in meinen Sinn nehmen. Das haben wir die Rosenkarten. Deshalb müssen wir den Garden Rose Maiden oder Frozen Rose ziehen. Damit man nicht direkt sieht, was es ist. Machininger Black Dragon. Ah, verfügen. Superfort. Habchen D.D. Phoenix-Formation. Und das andere Gegenstück. Emerald Unbert. Alles klar. So. Als nächstes haben wir. Hab ich jetzt falsch rum? Ey, irgendwie... Alter, die sind ja alle irgendwie gemäxed. Happy Lady Phoenix-Formation. Happy Queen. Like Rose Dragon. Schon wieder so viele richtig nice. Lunenlight Emory Bird. Und als... Haben wir... Happy Oracle. Ich glaube auch nicht so viel. Aber egal. Gibt's für die Sammlung. Ja gut, war mal in einem Display. War mal in einem Display, waren auch ein paar Karten falsch rum. Das ist einfach nur der erste Druck. Red Rose Knight. Alter, Black Rose Dragon. Was ist mit dem los? Das ist aber am liebsten selten. Ja. Ah, ist ein bisschen hochgeschieden. Ich glaube 10 Cent pro Stück. Happy Lady Sisters. Und als wäre haben wir... Die... Happy Lady Elegance. Okay. Hab ich vergessen, die müsste ich eigentlich auch gerade eine Sammlung wieder machen. Nachher gleich. Und wir haben hier also... Blue Cat. Virtual Sanctuary. Night Express Night. Blue Restring. Und wir haben wieder Blooming of the Darkest Rose. Das ist ja drei Holos. Ne, warte, was glaube ich? Vier Holos? Ja. Und warte. Ein paar Mal sagen, ja, Transzieren einfach. Blue Cat. Panther Dancer. I didn't. Wir haben wieder noch eine Rare. Und die Cyber... Äh ne, warte. Inkarnated Magical Angel. Okay. Muss ich auch in die Sammlung tun? Ich hoffe, jetzt sind wir hier alles selber in die Sammlung. Äh, wenn ich jetzt gerade irgendwie voll auf Harpchen-Modus. Äh, also, Happy Queen. Witch of the Black Rose. Happy Lady Sisters. Und Sir Padded Angel. Und... Red Rose Dragon. Okay, die Sammlung. Also, er kann sich das Display eigentlich schon sehen lassen. Aber irgendwie schade, dass der nur eine Rare ist. Ja, das ist echt schade. Weil... Ja, das Gegenstücken dazu ist einfach super. Genau. Das passt nicht ganz. Mit Blick. Twelve First Knights. Und wir haben Displaysets hier noch Marken. Nice. Auch mein nächstes Spiel. Aber egal. Also, du kannst es ja mal spielen. Das Deck ist an sich nicht teuer. Ja. Bis auf die Vorder. So. Und der Deck jetzt? Komm schon. Ist drin. Wir haben... Dakini. Twilight Rose Knight. Silent Red. Benten. Und als Rare haben wir wieder Encinated Macan Angel. Hm. Mark of the Rose. Virtual Century. Lunalights. Leo Dancer. Ah, wieder noch Rare. Black Garden. Und... Emerald Bird. Mal sehen. Also, das bedeutet, wir werden wahrscheinlich vielleicht auf einen Haufen am Ende ganz viele Holos bekommen. Wir haben ja erst vier insgesamt gezogen. Also, Mark of the Rose. Drangle Ecstasy Spark. I Can Angel Ritual. Oh! Dark Rose Harry. Und wir haben... Wir haben... Happy Perfumer! Nice! Die geht, glaube ich. Gerade 17 Euro auf Englisch sogar. Richtig krass. Schön für die Sammlung. Ja. Wir haben bald immer noch ein Feature-Matchen, damit es abgerufen wird. Ja gut, das war aber noch in der vierten Runde. Welche Runde ist es? War das? Nein, das war Europameisterschaft. Die Europameisterschaft, ja. Und... Sisters. Papi und die. Sister. Cat Dancer. Visual Sensory. Kaleido Chick. Und... Red Rose. Red Rose. Also, Leute. Das Sister hat sich jetzt, glaube ich, schon vom Investieren her gelohnt. Aber... Wir haben noch nicht am Ende. Oh, wieder umgekehrt drin. Ich drehe sie mal richtig rum. Fühlt sich nach einer Holo an. Happy Queen. Ist jetzt bei jeder Holo. Breaker. Stimmt. Ecstasy Spark. Ja. Und wir haben... Es ist eine Falle. Es ist eine Falle. Sagt nicht Phoenix. Sagt nicht Phoenix. Es ist Grenzer. Es ist Grenzer. Schade. Schade, Leute. Geht leider nicht so viel. Aber... Es ist ein Super. Immerhin etwas. Aber schade. Ah, das ist Serenland Dance. Das ist das gewesen. Weiter geht's. Ich glaube mal das nächste auch. Ach, dieses Mal ist es richtig rum. Irgendwie ist es nicht so gut. Sobald man hinten nachschaut, man erkennt es halt immer am umgedritten. K.O. Sub-Eck Angel. Sub-Eck Angel. Wir haben aber noch theoretisch mindestens eine Ultra-offen. Eine Ultra-offen. Knapper Fahrt landen nicht schlecht. So, Lunelight Perfume, Black Garden, Sub-Eck Angel, Special Schedule und Sub-Eck Angel. Schon wieder. Ihr schaut jetzt mal nicht nach, ob es umgedreht ist. Ich kann mich überrasch wissen. Ähm... Sub-Eck Angel. Special Schedule. Uh... Daniel. Und Eilomaten. Alles klar. So Leute, wir haben noch, glaube ich, wenn ich richtig sehe, 10? 12! Nee, 11 insgesamt. Okay, 11 ist schon noch viel. Also, ein bisschen weniger als Drittel. Also, Exit Spark, Benton, Perfume, Sisters und Aswear wieder Eilomaten. Sie kommt sofort irgendwie auf. Ein kleines bisschen. Aber man spielt sie leider nicht mehr als zweimal. Weil sonst... Sie bringt sie ein kleines bisschen. Kann drücken. Nord Express... Ah! Oh! Uh! 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 Geht der auch nicht was? Der geht, glaube ich, schon ein bisschen. 10er irgendwie sowas? Auf jeden Fall, Super Express Ballet Train. Nice! Der ist nice. Ich weiß nicht, wie oft der im Deck gespielt wird. Ich glaube... Ich würde es nicht zweimal schätzen. Okay, fallen nice Ultras. Zerenet Dance. Wäre echt nicht schlecht. Umgekehrt, Leute! Hier immer die Umgekehrten. Also... Mal sehen. Hunting Ground. Russell Russell. Elegant Egotist. Und... Error Bird. Und wir haben... Cyber Angel. Esana. Okay. Schlecht. Auch für die Sammlung. Elegant Egotist. Ich komme immer anstattiv. So. Egal. Deck Garden. Ja, ich mache wieder ein bisschen zu schnell. Blue Rose Dragon. Es ist eine Holo. Es ist eine Holo. Und wir haben... Kommt schon, Leute. Wir haben... Es ist eine Falle. Es ist eine Trap und sie ist umgekehrt. Wir haben... Serenet Dance! Ja, Mann! Geile Super! So... Lässt es sich sehen, Leute. Solche wird es gar nicht mitgezählt, welche Supers wir haben. Aber ich denke, wir haben noch mindestens eine offen. Es ist eine Fusion. Es ist eine Fusion. Es ist eine Fusion. Was ist da nochmals Fusion Shark drin? Äh... Nichts ist wirklich ein Shark. Ich glaube, das ist die Luna Leighton Fusion. Die neue... Ja. Okay. Wir haben... Saber Dancer. Alles klar. Würde man das Deck auf OTK spielen, dann würde sie ein bisschen mehr Sinn machen. Okay. Mal sehen, ob das unsere letzte Superbar war. Wer weiß, ob wir nochmals der Renet Dance bekommen. Oder Luna Fusion. Mal sehen. Mal sehen. So, wir haben Hustle Russell, Dakini, Aydenten, Mark of the Rose und Blooming... Dax Rose. Und jetzt eigentlich unsere Umschlasse braucht. Ich glaube schon, oder? Warte, wir haben 1, 2... Eine sollte, glaube ich, noch offen sein. Ja, doch. Es sollte noch einer offen sein. Signal Red. Ey, ich hoffe, Garden Rose Mate. Huffing Queen. Black Rose. Ah, der wir haben jetzt, glaube ich, 10 Stück oder so. Und... Ah, eigentlich mal was Neues. Magnificent... Me... Me... Mecan Angel. Aber ich glaube, nee. Wir hatten die, glaube ich, schon. Egal. Äh, gut. So. Wir haben noch 4 Booster, Leute. Wir haben noch eine Ultra Offen. Entweder Frozen Rose, hoffe ich. Oder Garden Rose Mate. Rhaekar. Hunting Ground. Phoenix Formation. Sympathed Angel. Und wieder Emerald Bird. Sollte mittlerweile die 4te sein. Es ist mehr als Placepo. Und dann gar nicht. Blue Cat. Watcher Sanctuary. Express Knight. Blue Rose Dragon. Blue Rose Dragon. Oder zwei haben wir. Äh, Dark Rose Fairy. Okay, also Leute. Ist es das hier oder das andere? Anton, was meinst du? Ja, ich würde auch eins ziehen. Jetzt mal schätzen. Alles klar. Qualifiziere nicht so sehr. Okay, sie ist umgedreht. Leute, das muss die Holo sein. Macht eins auch. Ja, toll. Ey, wer weiß, ob da auch eine drin ist. Also, wo sei Supas können ja bis zu Achtlock drin sein. Nee, du hast weiter gewonnen. Okay, Happy Queen. Witch of the Black Rose. Happy Lady Sisters. Oh, what? Hä? Alter, geil! What? Dann ist er auch Alter. Alter, die geht auch 15 Euro. Leute. Alter, was ist das denn Display? What the? Der wird das Wuster verarscht mit mir ein. Alter, richtig nice, man. Richtig nice. Was ist meine letzte Karte? Äh, oh. So rum. So rum. Also, Dakini. Leo Dancer. Express Nines. Und wir haben nochmal Elegance. Und wir haben... Ah. ...den Flying Pegasus Railroad Stampey. Der wird sogar mit dem Deck gespielt, das weiß ich. Ist auch nicht so schlecht. Alter, Leute. Also. Wir haben... ...den Flying Pegasus Railroad Stampey. Äh. So. Machen wir jetzt eine Zusammenfassung, was wir jetzt insgesamt gezogen haben. Also gehen wir mal hier durch. Äh. Wir sind... Also. Saber Dancer. Feather Storm. Railroad Stampey. Fusion. Dann haben wir als krasse Karten für meine Sammlung, für mich. Dann Isana. Hier Egg Angel. Perfumer. Hier als Ultrastark. Elegant. Elegant. Inkanated. Red Rose Dragon. Dann Oracle hier halt super. Ultra Fairy Blooming. Und Alluring Mirror Split. Und als krasse Money Karten. Die auch nicht umsatz zu viel gehen, weil sie relativ stark sind. Aber wer vielleicht weiß, was die noch bringen. Earthen Schedule als Ultra. Saranate Dance. Bullet Train. Und... Juggernaut Liebe. Also, das kann sich locker sehen lassen, richtig krass, ich meine, die geht knapp 10, die geht knapp 10, die 15, die auch über 5, 6, die geht 18 oder 17, was ich gesagt habe, die geht 6, ging auch noch ein bisschen, also das ist richtig krasses Display, hat auf jeden Fall gelohnt, ich hoffe, euch hat es Spaß gemacht zuzuschauen, auf jeden Fall witzig, dadurch, dass ganz viel auch umgedreht war, und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Alles klar, äh, bleibt dabei und Peace!